Was war das gerade? Auf was muss ich schießen, mein Gott? Ah! Ja geil, ich treffe natürlich genau da, wo ich nicht treffen soll. Zack, bumm! Ja, was dachtet ihr denn? Meint ihr, ihr schafft das nicht? Bleib hier. Meinst du echt, ich hätte dich nicht gesehen? Noch wer, der hier noch was will. Gut, dann rollen wir mal weiter. Äh. Toll, die fahren einfach mal außen rum, die Arschkinder, und ich darf mir da drin den Arsch aufreißen. Komm, Vollgas! Wir müssen aufwerfen. Offenes Feld vor raus, in der Liban Treibspiegel. Ja, los. Direkt vor uns ist eine Staufolge. Verstanden. Ich sehe sie. Wechselt von rechts nach links. Ah doch, ihr folgt mir schon. Ich dachte, ich fahre woanders lang. Ich fahre aus dem Kampfgebiet. La la la. Sie laufen. Verfolgen sie. Wer ist der? Laufst du, bewegt mich nach links. Ich sehe. Keine Dröckchen bilden. Passt auf Abzug. Sorry. Wie kann er? Schießen! Treibspiegel! Fuck, 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 fuck. Da hinten kommen noch mehr Panzer. Woher muss ich denn jetzt hin, hier, ne? Da hinten kommen noch mehr Panzer, Leute. Das habt ihr gesehen, oder? Ah! Ja, ich bin auch so gut wie im Arsch. Wo seid ihr? Alter, das ist mein Kollege. Dann fahre ich da mal lang. Alter, Schwede. Ich werde hier die ganze Zeit weggebombt. Komm, genau auf den roten Punkt. Den habe ich. Den habe ich. Komm, jetzt der nächste. Genau auf den roten Punkt. Peng. Und jetzt wird Vollgas da vorne lang. Ja, mein Panzer ist ziemlich Schrott, aber was soll ich denn machen? Wo fahren die einen Schill? Peng Peng Ey Ja, jetzt steht der hinter einem Berg oder was ist Weil den kann ich ja jetzt überhaupt nicht mehr Ey, hallo Boah, jetzt gehen wir halt denen da hinterher Habe ich auch kein Problem mit Komm So haben wir nicht gewettet, Junge Und hier, da sei der weg Tschüss Ja, wer Was ist denn mein Kollege Hallo Okay Meinen wir den Konvoi da Ja, dann schießen wir doch mal auf die Autos Die man da hinten schon so sieht Wir müssen Oh, die ganze Okay, er ist die Panzer Panzer ist weg Panzer ist weg Und Panzer ist Ey, nicht fliehen Das ist ja dreckig Jetzt fährt der von uns weg Oder was Ja, bringt ihm aber nichts Weg ist er Wo steht denn da ein Panzer Dann greife ich mal die an Ja gut, dann fahren wir mal weiter Ja, ich schieße doch gar nicht Drei, drei, drei Verstanden Ende, sechs, sechs, drei, vier Haben feindliche Fahrzeuge Und jedenfalls die angegriffen Und zerstört Bauer Verstanden Schwingt nach Westen Und dann zur Schnellstraße Gebt Meldung Wenn ihr den Kontroll von Ei, ei La, 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 la Wir fahren hier durch die Pampa Die armen Bastarde hatten keine Chance Es soll sie als sich machen Ambil 6634 ist jetzt am Kontrollpunkt Rollbahn Verstanden, sitzt Mission Vortraus Okay Heiliger, wie sieht's hier aus bitte Verstanden seid Hier die Abfreigabe hier raus Berichtet mir die Beleidzeit aus So, was kommt denn hier vor uns Nicht, dass wir gleich überrascht werden Von irgendwo Vielleicht von sowas Von so einem Jet Der hier die Straße planiert Oh Gut, ich dachte schon Der wäre feindlich Und hätte uns jetzt hier weggehauen Mission Donnerlauf Infanterieeinheiten Werden von Panzereinheiten Bodenschwellen genannt So, willkommen zurück Zu Battlefield 3 Jetzt geht's weiter In der Kampagne Letzter Part war mit Panzern Mal gespannt Was wir jetzt machen müssen So Es lädt Und dann sind wir mal gespannt Aha Wir stehen hier auf so einer Ich sag mal Landstraße Was macht der Typ denn da Werden wir mal befragen Werden wir mal befragen Scheiß PLR Hat uns aufgelauert Und uns zusammengeschossen Bevor wir fertig waren Irgendeiner Muss an Den Scheißzünder Und ihn auslösen Jemand muss da rüber Aber ich bin das ganz bestimmt nicht Okay, dann muss ich wohl meinen Arsch riskieren Kann ich mir zufällig Den Panzer hier nehmen Nein, natürlich nicht Was haben wir denn als Primär Aber wir haben gar keine Primärwaffe So Dann werde ich das doch jetzt mal versuchen Hier Wow Wo sind denn hier Gegner Hä Da sind Gegner Stirb Jawohl Da ist auch ein Gegner Steh mal auf Junge Wow Hier schlagen die Raketen Gerade ein Was ist das denn da Also da muss ich hin Dann lauf mal So, wo ist denn der Zünder Das Interagieren Ah, da ist er Lauf, lauf, lauf Los, lauf, schneller Nenn mich hier mal nicht Bastard, ja